Moin, ich bin Henning und heute zeige ich euch, wie man Kalkausblühungen entfernt. Jetzt verdunne ich den Reiniger 1 zu 3 mit Wasser. So, nach einer kurzen Einwirkzeit wird die ganze Fläche jetzt einmal mit einem lockeren Wasserstrahl runtergespült. So, nochmal eine kleine Qualitätskontrolle. Wie ihr sehen, Kalkausblühungen sind alle verschwunden. Kunde ist mega happy, wir sind es auch. So soll es sein. Kalkausblühungen sind alle, wir sind auch.